immer alle scheiben weg vom haus ja alle drei felder dann ich baue mal eben hier oben die glasfront zu ne wo das inventory der inventory mod ist voll toll was hast du denn für ein inventory mod noch mal der sortiert ja alles direkt ja sortieren und der packt dir direkt ein neues stack rein wenn das alte weg ist ach so ganze genial weiterbauen das brauche ich auch muss mir auch besorgen alle mods gibt übrigens auch im link unter der video beschreibung über übrigens ja alle mods übrigens alle mods auf der seite vom debitor camiano.de denkt dran ne wo es den kutscher das gemacht hat fanden die alle das war fremdenfeindlich ne echt ja da gibt es auch jetzt so eine werbung mit dem glaube ich wurde ja so mehrere leute nachmacht ach so krass ja und da macht er halt auch ein so ein inder da ist ja auch raj voll doof ein die ne ja ist voll weiß ich nicht soll sich mal nicht so anstellen alle weil auch so wenn eine indische fernsehsendung oder wurden in da mitmacht dann geben die denn ja auch so ein dialekt obwohl er den ja wahrscheinlich in echt gar nicht hat ja ja genau der raj von big bang theory hat das glaube ich auch nicht ja der kann auch könnt auch ganz normal reden oder was ne schätze ich mal ja weiß jetzt nicht aber ich meine das sind ja sprachliche angewohnte oder wer für den toaster erst mal vom tisch genau wie türkische mitbewohner würde ich gerade sagen auch das problem haben mit dem und dem ja ja genau das stimmt ich meine ist jetzt nicht schlimmes daran aber merkt man halt doch ja merkt man halt so weiß wie wir uns in einem anderen land anhören ja man weiß es ja nicht ach guck mal ich bin schon viel zu hoch aber aber ich glaube auch wenn man das dann richtig lernen will so und andere nicht egal ist wie man spricht dann ja gut dann soll das eigentlich auch klappen glaube ich auch oh mein gott guck dir doch beim gronk an da passt da hört man das auch nicht stimmt hilfe boah hab ich einen riesen turm gebaut hör mal die fenster passen sogar ja achso ja sehe ich gerade stimmt bis wohin hast du gemacht bis zur oberkante genau oder was erst mal ne ich bin jetzt höher der kuhfarm oder der zukünften zukünftigen kuhfarm mal die kuh rennt hier rum im hausflur ja du sollst hoch guck mal die rennt raus die geht echt raus wie geht raus ey jetzt schiebe ich die raus die passt gleich durch die tür die ist so fett die passt echt nicht die ist so fett ja habe ich in meinem zimmer so gemessen dass die nicht abhauen kann guter trick machen manche auch mit frauen mein gott gibt er doch die fütterer ja ne voll krank damit die nicht mehr raus wollen oder was ja mein gott da ist aber schon arg kaputt so ja die schütten dir doch direkt fett in den hals rein mit einem schlauch ja machen die so ehrlich ja mein gott nachts oder was ne das machen die schon bewusst ach so ich habe gedacht so beim petten so weißt du immer so ein löffelchen flüssige butter so kannst du schnell mal noch 1000 kalorien nachts aufnehmen ganz heimlich jetzt auch noch einen glasblock weg gehauen bei den grasblock boah ja so ein haben wir jetzt fast dann wieder von unten so wollen wir jetzt die kühe eigentlich mal hier hoch holen schon ja würde ich sagen dann brauchst du weizen nicht wahr durchaus da liegt er ihnen zur verfügung ich muss mal eben hier noch eine abtrennung einbauen wieso damit die kühe nicht rüber hüpfen ach so die saukür die eigentlich können wir ja auch das gitter bis zur decke machen die nächste decke drin ist ja schön eigentlich schon ja würde ich sagen oder dann können die weg habe ich sowas noch bei nein natürlich nicht hatte ja muss man ganz genau zielen wenn man sowas treffen will da vor allem dieses kleine fällt dann immer ja das ist der zaun davor aber ich mache das immer so ich gehe von hier so rückwärts und mache die obere reihe komplett und dann die nächste so ist ein bisschen einfacher finde ich stimmt erwartet jetzt hat da muss aber wand hin ja ne sonst sieht das scheiße aus stimmt wir müssen aber irgendwie noch sondern vor tor machen weil sonst wenn wir da reingehen quillen die kühe sonst heraus obwohl das muss ja immer ein großes lauf machen und passen ähnlich durch ja diese kacke ist mal hier so zwei blöcke weg machen ich hab keine achse dabei natürlich ja hab ich noch eine ich habe ja wo ich habe gar nicht meine arbeitsschutzkleidung an arbeitsschutzkleidung jetzt habe ich auch wieder natürlich den weizen aufgenommen kommt hier schon die nächste decke drüber jane vierfelder hoch um ist warte die kühe fallen uns hier rein ja ja mal erst mal so erwarte reicht ja wenn man an der ecke wo ist ja sonst macht er einfach hier gerade ein sauntor müssen wir nicht so oft runter ja ne stimmt davon nicht vergessen zu zu machen wenn man da runter fällt fliegen die kühe mit runter oder machen wir eine tür rein können wir auch auf einmal so 30 kühe im keller genau wir machen so eine schlacht orgie wir treiben die da rein und dann wartet einer und kloppt die alle kaputt die da runterfallen im flug aber wie in einem modernen betrieb ouch warum tut das weh aber nur ganz wenig ja fehlt eventuell ein wasser sind da zwei wasser normal ja egal das halbe herz da pupst egal warte wir brauchen noch ein zauntor ne haben wir noch eins zauntor und ne tür brauche ich noch eine tür mal eben mein inventar bisschen leer machen weil ich habe hier voll viele bricks bei die ich überhaupt nicht brauche gerade doch du brauchst alle nein alle nein hauptsache wieso waren denn hier zwei öfen nebeneinander die kann man noch auseinander lagern ah ja kann sein dass oh hier ist der gut komm her kann sein dass die hölle jetzt anders ist ne wieso das denn wegen einem server ich meine er hat eine neue hölle erstellt ich bin mir aber nicht sicher jetzt kompletter natürlich sein kompletter ww loggst du da hoch eine braune kuh die unten festigen meine kuh oh nein die kommt nicht jetzt kommen ja nein zu wem willst du kommen wir kommen mein zimmer nein hier na komm ich hole die andere kuh auch noch hier raus dafür muss ich wahrscheinlich die tür einschlagen aber tür eintreten warte mal ich muss den großen bogen mit der kuh laufen jetzt ja dann spende ich halt meine beiden besten zucht kühe für die farm da oben endlich aber das sind zwei weiber natürlich ne ja klar komm du dämliche kuh hopp weißt du das hat auch noch keiner gemacht eine kuh durch die bibliothek getrieben wo die hümittel du 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 ok meine tech braut von dem portal oder was ja ja so komm jetzt so dies auch mittbereit gib gas schnell mauer zu bevor die videoá aus an oh nein ja toll, guck mal das Tor du hast die Kuh erschrocken oh ja, sauber ja warte, wir brauchen eigentlich noch einen Vorraum oh nein jetzt haut ab hier, komm mal komm mal her ihr Säcke komm mal her, Kuh Kuh sollen wir die anderen auch noch alle hier hochtreiben? boah ne, wir schlachten hier alle ja, ne ich baue hier gerade voll die Kacke das ist auch aus Haltungsgründen da unten nicht mehr tragbar ne, das ist total gegen die Vorschriften ja, aber wir könnten auch achso, danach bauen wir jetzt die Hühneretage oder was? joa ja, ne hast du noch so ein Zauntor? ja knall da nochmal da rein, da ist dann so unsere Schleuse ah, okay ja, bis sie sich da durchgewappelt haben, die Kühe, ne aber die können hier gar nichts essen, die armen Kühe ja, noch nicht boah, ich glaube die haben Tollbot, die rennen immer wieder zwischendurch auf uns zu oh nein oh nein, mir fehlt eins nein, nein, mir fehlt ein Zaun haha, mach doch da einfach einen Doppelten drüber mach sie hier hin du, 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 du weißt du, mach sie hier so drauf einen Doppelten? ja, ist halt halt zwei hoch der Freiraum da drüber, das ist doch egal, oder? ach so, meinste ah, nein, geht raus maaaann oh, sauber hier, kommt mal her Kuh ma, wie duft die Kuh guckt, ey haha, die Kuh guckt die Kuh guckt cool ach, und eine Schafetage brauchen wir auch noch, ne oder halten wir Schafe und Kühe zusammen nee nee, ne sonst kommen da so komische Kinder raus haha, wahr so, genau Kühe, die dann aber so ein Fell wie ein Schaf haben haha, und genauso lecker sind Flauschkühe die neue Rasse für eine Pervollkühe heißen die dann haha so, sollen wir mal schlafen ist echt dunkel so ja mhm 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 boah, die Kuh wat denn? ja, wenn die da ihren Anfall kriegen wenn die schreien ja, wenn die so aggressiv schreien, ne mhm 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 so, gehst du auch endlich mal pennen ich kann nicht schlafen ich bin im Bett ok bin im Bett ein wunderschöner neuer warum höre ich die Kühe denn immer noch weil du die jetzt von da oben hörst achso ich dachte schon, du hast so einen Haufen in deinem Zimmer naja, mach ich erst wieder offscreen ich hab auch 30 Kühe in meinem Zimmer die platzen da raus, wenn du die Tür aufmachst aber ich könnte ja mal 30 Boote in dein Zimmer werfen für die Aktion vorhin super assig so ja aber wieder lustig ja super lustig so was wollte ich denn jetzt machen? genau, ich wollte den Brick Steinziegel wieder rausholen wo ich den gerade erst reingelegt hab wir brauchen auf jeden Fall noch rotes Holz rotes Holz, ja wir sollten vielleicht auch gleich mal wieder eine Holztour starten, oder? das wollen wir ja eh jetzt mal machen wo der Timbermacht drauf ist das geht ja dann eh wahnsinnig schnell, glaub ich ja, da können wir aber wir müssen erstmal einen Dschungel finden weil rotes Holz ist Dschungelholz der ist doch hier nach näher direkt ja, aber kein großer man munkelt ich hab mich da umgesehen achso, aber ich brauch erstmal eine neue Axt achso, ja ja, da können wir ja Diamant-Äxte machen, ne? wir haben ja 15 ok, das lohnt sich dann erlaube ich dir das obwohl, eigentlich lohnt sich das nicht für an der wir haben Timbermacht ja, das lohnt sich nicht siehst du, so machen Mods das Spielkonzept kaputt ja sonst würdest du die eine Diamant-Axt nach der anderen reinhauen aber überleg mal in echt, ey wie lange das halten würde aus Diamant? ja voll weich so Holz ja, stimmt eigentlich wird immer halten, immer scharf ja, die müssen mal so Keramik-Äxte rausbringen darfst du nur nicht fallen lassen ja, das ist natürlich scheiße und nicht mit der Seite draufkloppen wahrscheinlich ach ja, stimmt, du musst ja immer genau passend ja aber das wär die beste Anti-Zombie-Waffe, ey hax dir da so deinen Weg lang ich glaub, in so einer Zombie-Innovation würde ich gut überleben ich würde einfach mal im Haus bleiben wie ist das eigentlich, wenn jetzt Diablo 3 rauskommt machen wir auch ein Let's Play? zumindest mal so an Let's Playen ach so an Let's Playen? das wird mit jemand anders Let's Played ah, okay mit GLP ah aber wenn der Part hier rauskommt, ist das schon alt ja, ne? da hat schon gar keiner mehr Bock auf Diablo 3 genau weil die Akte alles scheiße waren die haben einfach Diablo 2 genommen und da neue Skins reingepackt boah und da wird die Elf-Grafik und sonst ist alles gleich voll Hardcore so? so die Level genau gleich so aber ich brauch unbedingt noch, ähm, ne Axt hast du jetzt noch ne Axt gemacht? nein mach doch mal eben welche so Holz da hinten braunes, normal helles Thereisz wohl das ja 1945 bl bl bl